Servus YD bei eurem SDEVOE und ich begrüße euch heute zum neuesten der neuen Videoclips von Battlefield 4 aus dem Hause SDEVOEYD und letztes Mal habt ihr recht positive Kommentare dazu abgegeben und habt euch gewünscht, ich sollte mal das ganze kommentieren. Ja, ich habe einen Live-Ausschnitt aus dem Spielen einfach mal drin gelassen, außer jetzt hier gerade und ja, wünsche euch viel Spaß damit, mit RPG-Kills, mit Trolls, mit Fails und Spawn-Fails und was es denn alles gibt, also, viel Spaß. Ja, ich habe nur noch drei Schuss, das ist scheinbar nicht Armo leer. Jawohl, Leute, jawohl, Trouble, das waren sechs Kills, ich wollte gerade sagen, sechs Kills, Alter, was geht, ey? Könnt ihr mich wiederbleiben? Ah, so wird es nicht. Müssen wir es einnehmen, ja. Autsch. Hey. Lass mich in Ruhe. Alter. Geh weg. Der ist, der ist doch zufrieden. Jetzt. Alter Schwede, was ist denn das für ein Ranz? Was ist denn das für ein Ranz? Ein Idiot von Mahn, ohne Witz. Oh, der Witz. Warum sollen sie lachen? Wie abgeht, hä? Na ja, na klar. Nino. Uh, yo. Getroffen und so. Wie kommt der Handy runter? Ich höre mal den. Ja, ja, ich warte, schnell. Nimm die Beine in die Hand. Los, los, los. Oh, Alter. Was war denn das jetzt? Kunde. Von wo? Wo denn? Ey, keine Ahnung, man. Scheißdreck. Waaaah. Was gibt's das? Was soll eine fröhliche Begrüßung? Ja, tschigitim, 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 uuuuuh. Ja, warum kommst du drüber? Ähm, ich will ja nichts sagen, aber vor uns sind irgendwie ganz viel viele, oh oh, Autsch. Ähm, Panzer und so. Die sollte man vielleicht irgendwie, äh, ähm, zin, brutzeln. Oder wie? Äh, noch einer? Warum krieg ich langsam, langsam Angst? Hier, wo seid'n ihr alle? Hilfe! Ich bin hier gegen 20 Fahrzeuge, ey. Was ist denn hier los, ey? Hugииiii. GightO dryer es gott. Ojei, ich hab's geschafft. Juhuu. Der hätte immer ammoniaragend können. Halter. Ich interface generisch. Juhu. Ja, hab ihn. Hab ihn ihn, aber nicht richtig ges pixels. Kommt mit Snyper doch einfach noch einigermaßen. Levier bei mir. Ja, komm. Ja, ist noch einer? Hoah. Hab einmal Headpacker gegeben ja ich auch Deu der Zeitlacker? Ja, weh Es ist noch einer Boah, ich hab den nicht bekommen, schau Oh, cool, mein Fernseh. Ich ne Levi Es ist noch einer Nein, ich bin runtergesprungen, ernsthaft Ja Ja Damit hat er jetzt nicht gerechnet die School-Side-Locke Nein, nein Selbstkiller Ja, ich bin tot Oh Beimer Ich hab auch zu C, auch nicht zu Oh, fah So, beingenommen, komm Und nehm' Ding, nehm' hier Ich nehm' das Neupro und dann spring' ich die Scheiß Bist du in die Duft Mach das So, wie geht's hin zu C, oder was? Naja, aber so, wo muss ja Alter, willst du mich, willst du mich verarschen, du dumm ist Oh, hallo, Heli Oh Friss das, du Pedder Jawohl Was'n Troll So, schon ein bisschen dicke Wumme hier, ey Da geht's los Oh, ja, oh, ja, oh Gumm Hey, die Ich schieß dich raus Ich schieß dich raus, du 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 Weiche Von mir Jawohl, getroffen Ha! Na ja, na klar, ey Ich schieß dich Ich schieß dich, ich schieß dich, du bist